Ja, meine Lieben, ihr seht's, wir haben neue Sachen im Shop. Gönnt euch zu Weihnachten oder verschenkt es zu Weihnachten. Auf jeden Fall haben wir echt viele Sachen neu im Shop. Schaut es euch an und am Ende des Videos gibt es noch einen Code. Einer kriegt 10% auf seine Bestellung, also schnell sein und den Code einlösen.